Der DAX weiterhin in bester Laune. Wir sehen, dass der Markt ist gestiegen. Er hat das erste Widerstandsniveau tadellos überschritten. Also das ist ein gutes Zeichen, zumindest mal aus bullischer Sicht, denn das bedeutet, dass die Marktteilnehmer sich nicht von leichten Angeboten an Widerständen übertäupeln lassen und sagen, ah komm, dann nehmen wir lieber Gewinne mit. Nein, im Gegenteil, das hat eher den Eindruck, nö, nö, wir trauen dem noch mehr zu. Also dementsprechend so die nächste interessante Marke, die wir haben, die liegt ungefähr bei 15.900. Zumindest mal jetzt hier nach diesem Verlaufsmuster ist das eine Variante, die der Markt durchaus nicht untypisch geht. Ob man da jetzt noch einsteigen soll, das überlasse ich natürlich euch. Wenn, dann würde ich auf der kleineren Zeitebene gucken, ob man da vielleicht irgendwie einen kleinen Rücksetzer hat. Wir haben das ja ganz häufig schon mal angesprochen, ein Aufhängungspunkt quasi, um reinzukommen. Die Zeichnung, die wir jetzt hier haben, die können wir ein bisschen aktualisieren. Das lösche ich jetzt mal raus. Den Kasten hätte man theoretisch lassen können und erneuere ich durch eine neue Zeichnung, nämlich hier ist der Tiefpunkt und der Hochpunkt. Jetzt ist er im Moment da. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir zumindest mal bis hier irgendwo in diese Zone reinkommen und dass er dann vielleicht langsam müde wird. Naja gut, zu gönnen wäre es ihm, dass er das so positiv hier abwickelt. Dann wäre der Rücksetzerbereich natürlich trotzdem in dem Bereich 38, 20 und 61, 8, so ungefähr. Das wäre ein Klassiker zumindest. Darf ein bisschen höher, ein bisschen tiefer sein und weil der Kurs dann ein bisschen höher ist, sind die Marken ein bisschen nach oben eben gewandert. Das ist nichts anderes als prozentual. Das gleiche natürlich mit den Marken hier 38er beispielsweise, nur von einem etwas höheren angenommenen Tiefpunkt aus. Diese Messung sollte man natürlich dann nochmal aktualisieren, wenn sich wirklich dann ein Dreh nach unten ergibt. Das heißt aber im umgekehrten Fall, diese Aufwärtsbewegung ist ein wunderschöner Impuls. Das, was wir uns immer vorstellen, diese wunderschöne Fünffälligkeit nach oben. Vielleicht haben wir das hier sogar im Kleinen hier hinten nochmal. Das werden wir dann sehen. Aber das würde auch bedeuten, dass wir dann durchaus mal ein Päuschen verdient hätten. Eine Pause ist ja nichts Schlimmes. Diese Pause dann eben in diesen Bereich jetzt rein oder an die Oberseite zumindest mal. Einige achten auch immer so auf dieses Tief hier der vierten Welle. Das sind so klassische Marken. Das ist jetzt nicht gesetzt, dass das genau immer so passiert. Aber so hat man so ein bisschen Orientierung. Wie jetzt Rücksetzer? Mit was müssen wir denn rechnen? Wenn also vielleicht, ich weiß es nicht, aber im heutigen Nachmittag der Kurs mal um 20 Punkte oder 50 runtergeht, dann hat das nichts mit diesem Rücksetzer zu tun, sondern ist das irgendetwas, was hier im internen Bereich sozusagen hier so eine Bewegung ausmacht, so wie wir das hier vielleicht haben, aber nicht die Korrektur auf das Ganze. Sobald wir dann aber in die Nähe hier 15.500 oder sowas runtergehen, dann kann man sagen, ah okay, jetzt spielen wir offensichtlich in dieser Liga, dann ist das die entsprechende Korrektur und anschließend können wir dann ernsthaft überlegen, ob wir da long gehen. Das werde ich euch sicherlich dann nochmal kundtun, zum Beispiel im Trade des Tages oder natürlich über das Born for Trading. Da kriegt ihr solche Informationen natürlich dann immer brandheiß geliefert. Für den DAX haben wir heute sogar einen Trade des Tages mal vorbereitet. Der ist komplett anders als das, was wir hier sehen. Das kann man als Nachteil auffassen, weil man sagt, ja, aber das passt doch nicht zusammen oder als Vorteil, dass man nochmal ein unabhängiges Signal sozusagen hat. Aber ich will da nicht zu viel erzählen. Guckt es euch einfach an. Ich habe es zum Teil ja schon rumgeschickt, also für die Born for Trading Leute beziehungsweise im Trade des Tages euch ja mit den konkreten Handelsmarken angekündigt. Auf jeden Fall etwas, was sich anzugucken lohnt. So, schauen wir nochmal auf die amerikanischen Indizes. Die sind ebenfalls noch auf dem Weg nach oben, also noch ist nicht zu erkennen, dass der Kurs dreht. Man sieht zwar hier, ich habe das mehrmals schon angekündigt, dass er so langsam müde wird hier, aber man sieht schon, müde Kinder wollen nicht gleich ins Bett. Ja, die Augen werden immer schwerer, aber Sohnemann und Tochter sind dann noch gerne mit da. Und nö, nö, ein bisschen geht noch und offensichtlich scheint dieser Markt zwar ein bisschen müder zu werden. Wir sehen das an diesem etwas flacheren Winkel, an diesen viel mehr vorliegenden Überschneidungen. Aber das ist natürlich kein Grund, jetzt hier auf die Short-Seite zu wechseln. Im Gegenteil, das ist, was heißt im Gegenteil, es ist immer noch eine Long-Bewegung. Long einzusteigen würde ich nur machen, wenn ich hier auf der kleinen Ebene was sehe. Da gilt das gleiche Gesetz, was wir eben angesprochen haben. Schub hoch, wackele ich runter und schon kann man das machen. Also immer dann, wenn die eine Seite sehr stark, die andere sehr schwach ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass manchmal einer sagt, ja, aber manchmal kann ich das nicht unterscheiden. Ich kann euch beruhigen. Ich mache das seit 30 Jahren. Ich kann es häufig auch nicht unterscheiden. Wenn ich es nicht unterscheiden kann, mache ich die Hände weg vom Chart oder von der Tastatur in dem Fall und mache keine Order da rein. Wenn das klar zu unterscheiden ist, dann bin ich super gerne mit an Bord. Also ein Rücksetzer täte auch hier gut. Ob es noch ein bisschen weiter nach oben geht, ja, das sei ihm gegönnt. Also insofern die Analogie zum DAX ist durchaus gegeben. Der Rücksetzer, den wir dort erwarten, das wird wahrscheinlich einigermaßen übereinstimmend sein mit dieser Geschichte. Aufgrund der hohen Bewegung, also der starken Bewegung, die wir hier haben und eben, dass wir auch gar nicht mehr in der Nähe dieser Marke sind, können wir auch jetzt hier unser Ei, was wir uns da selber gelegt haben, erstmal rausnehmen. Es ist im Moment nicht mehr aktuell. Wir haben ja zum vorherigen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich es gesagt habe, da stand der Kurs hier, da habe ich gesagt, naja, noch kann es eine A, B, C werden. Wenn er da bricht, spätestens da bricht, dann hier unten auf der Unterseite. Je weiter es gegangen ist, desto eher haben wir gesagt, dann die Oberseite als möglicher Indikator dafür, dass es da unten nochmal kommt. Nur jetzt passt die Symmetrie nicht mehr. Auch hier haben wir jetzt ein eher bullisches Bild, das heißt, jedweder Rücksetzer, den wir jetzt hier irgendwann mal bekommen, das ist nur ein Päuschen in der Aufwärtsbewegung. Also ich denke, dass wir aktuell zumindest mal die besten Engagements auf der Long-Seite sehen im großen Bild. Das kann sich kurzzeitig mal in Laufheit des Nachmittages heute oder der nächsten Tage auch mal ändern. Das muss ja nicht immer so bleiben. Aber ich sage mal, der Grobtenor der Märkte ist nach wie vor eben nach oben und ist zumindest mal, was die Jahresendrallye angeht, erstmal ganz klar schon auf dem Weg, so wie es zumindest mal aktuell aussieht. Gekippt werden könnte das Bild durch so eine Bewegung, gefolgt von, ganz wichtig, so einer. Nur steil abwärts reicht nicht aus. Es ist dann auch wichtig, dass wir wackelig nach oben kommen und dann entsprechend triggern. Das wäre wichtig, also nur steil runter oder wie hier nur steil runter, das sind auch so steile Bewegungen. Da bin ich super scharf auf Short, wenn der Markt wackelig nach oben kommt. Das hat er aber nun nicht gemacht, also keine Short-Richtung. Gleiches gilt natürlich hier. Im Gegenteil, wenn er dann wieder steil nach oben kommt, wackelig hier zur Seite oder so halb hängt, dann eben die Fortsetzung nach oben. Also es sieht bullisch aus aktuell, ob man das will oder nicht. Ob man das cool findet, gerechtfertigt oder sonst irgendwas. Die Aufwärtsrichtung ist aktuell die richtige und solange es nur in irgendeiner wackeligen Form, das wird passieren, dass der Kurs mal runterkommt und wenn er das in so einer wackeligen Form macht, jawohl, cool, haben wir die nächste Eintrittskarte schon fast gezogen hier für die bullische Seite. Es bleibt also beim bullischen Tenor. So weit mal die Zusammenfassung der Indizes. Ich drücke euch für eure eigenen Überlegungen, für die eigene Analyse erstmal alles gut, alle Daumen. So viele habe ich gar nicht, aber alle beide dann doch gerne, dass ihr euch da auf die richtige Seite positioniert. Schaut euch, wie gesagt, mal die Vorschläge an, die wir da immer schicken. Dann habt ihr so eine Idee, wie wir da auch noch mal drauf gucken, auf das aktuelle Geschehen und schaut selber auch im Kleinen, wenn ihr das mögt, ob ihr da diese gleichen Verhaltensmuster wiederfindet. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.